Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem Projekt Open Educational Resources für die Lehrkräftebildung. Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen Marie-Christine Vierbuchen, Franko Rau und unserem Team bereiten wir für Sie wichtige Informationen für diese Handlungsmöglichkeiten für heterogene Lerngruppen vor. In diesem Referat wird es darum gehen, was ist guter Unterricht und wie hängt die Unterrichtsqualität mit Inklusion zusammen. Dieser Zusammenhang, gerade auch für Lerngruppen mit Lernschwierigkeiten, für Schülerinnen und Schüler, die Probleme in ihren Verhaltensweisen mitbringen. Wie kann hier ein guter Unterricht aussehen? Und zunächst möchte ich gerne die Frage an Sie zurückgeben. Wie verstehen Sie guten Unterricht? Was sehen Sie? Was fühlen Sie? Was hören Sie in einem guten Unterricht? Das variiert, das ist unterschiedlich. Das hängt auch von eigenen persönlichen Vorstellungen ab und natürlich auch von Ihrem Fach. Aber diese Frage, was guten Unterricht ausmacht, sollten wir auch wissenschaftlich behandeln. Und in diesem Referat versuche ich Ihnen darzustellen, was haben wir an wissenschaftlichen Befunden, die Sie unterstützen können, tatsächlich guten Unterricht zu realisieren. Denn guter Unterricht ist sowas wie das Fundament für gelingendes Lernen. Guter Unterricht unterstützt nicht nur im akademischen Lernen, also was ich vom Stoff, vom Lerninhalt her dazugewinne. Guter Unterricht unterstützt zugleich die sozialen Prozesse, die Interaktion der Schülerinnen und Schüler. Und ihr sich wohlfühlen, ihre Emotionalität, ihre Motivation wird ebenfalls gut begleitet und gut gefördert. Das macht guten Unterricht aus, wenn wir die internationalen Befunde uns genauer anschauen. Hochwertige Lernangebote versuchen dann, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, damit sie erfolgreich lernen. Und zwar alle Schülerinnen und Schüler. Sowohl leistungsstarke Schüler, die dann sehr selbstständig arbeiten können, die zielstrebig vorangehen können, aber auch Schüler, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die vielleicht sonst scheitern würden oder die auch sozial eher in problematischen Situationen ausgegrenzt sich erleben. Die vielleicht sehr zurückgezogen sind oder die ihre Gefühle auch wirklich sehr negativ erleben. Guter Unterricht versucht also sowohl akademisch wie sozial und emotional gut zu unterstützen. Und das ist genau die Gelingensbedingung für Inklusion. Erfolgreich zu lernen, gut miteinander zu lernen und sich wohlzufühlen sind Zieldimensionen von Inklusion. Wie kommen wir darauf? Die Ausgangslage lässt sich in der UN-Konvention finden. Dort wird beschrieben im Artikel 24, dass ein inklusives Bildungssystem die Lernenden, und zwar alle Lernenden unterstützt. Damit sie genau dies erleben, erfolgreich teilzuhaben, erfolgreich in der Lerngruppe dabei zu sein, gut zu lernen, gute neue Inhalte kennenzulernen, gut mit den Mitschülern zu interagieren, sich wohlzufühlen und Freunde zu haben. Dieser Auftrag inklusive Bildung soll also allen Tendenzen zur Aussonderung, zum Zurücklassen, zum Ausgrenzen, sowohl im akademischen wie im sozialen und emotionalen entgegenwirken. Und diesen Auftrag hat Deutschland 2009 ratifiziert, unterzeichnet und in Kraft gesetzt. Die UNESCO hat in mehreren Papieren hat sie Vorschläge gemacht, wie dies umzusetzen wäre. Ich lade Sie ein, sich diese Papiere genauer anzuschauen. Insbesondere 2014, eine Strategie der Umsetzung von inklusiver Bildung, gibt wertvolle Anregungen für die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. An vielen Stellen macht die UN deutlich, dass es nicht reicht, das gut zu meinen, sondern dass es darum geht, gut zu handeln. Und das bedeutet, überprüfte Maßnahmen, überprüfte Vorgehensweisen der Bildung umzusetzen. Also eine wirksame Bildung anzustreben. Tatsächlich Maßnahmen zu nutzen, Vorgehensweisen zu nutzen, die sich wissenschaftlich bewährt haben. Und die umzusetzen als Lehrkraft, das führt zum Erfolg für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für sie als Lehrkraft. Damit ist ihr Handeln ein entscheidender Faktor für die Umsetzung, für die Realisierung, für das Gelingen von Inklusion. Was können wir als wissenschaftliche Grundlagen heranziehen? Ich weise Sie gerne hin auf das Angebots-Nutzungsmodell von Andreas Helmke, das er bereits seit mehr als 20 Jahren vorschlägt. Sie finden dort eine wunderbare Zusammenstellung, einen sehr guten Überblick über zahlreiche Dimensionen und Befunde, auf die wir achten können, um einen guten Unterricht zu realisieren. Das hilft uns tatsächlich, die einzelnen Elemente, die wir verändern können, in den Blick zu nehmen. John Hattie, neuseeländischer Forscher, hat in einem Überblick über die weltweit vorliegenden Meta-Analysen in englischer Sprache die wirksamen Maßnahmen zusammengestellt und in einem Barometer abgebildet, was ist hochwirksam, was ist weniger wirksam und was ist unwirksam, vielleicht sogar hinderlich. Auch da lade ich Sie herzlich ein, sich darüber zu informieren. In einem Interview wurde er gefragt, was ist wohl das wichtigste Element? An was würden Sie sich besonders orientieren? Und er antwortete, Feedback, die Rückmeldung, die sachbezogene Rückmeldung zum Lernprozess, zum Lernergebnis, zur Strukturierung des Lernens selber. Dieses Feedback nennt er das wichtigste Element für einen guten Unterricht. Um Lernen sichtbar zu machen, so der Titel seines Buchs. Das ist die Basis, das ist die Grundlage. Von dort können wir ausgehen. Und dann können wir gezielt einzelne Maßnahmen zur Unterstützung aufbauen. Wir können dann Maßnahmen ergreifen, um das Lernen bei Lernschwierigkeiten gezielt zu fördern. Um Hindernisse, Barrieren des Lernens zu überwinden. Angebote der Hilfe für den Lernprozess. Oder auch soziale Maßnahmen, soziales Lernen, emotionale Prozesse gut zu strukturieren, gut zu gestalten. Wir haben dazu inzwischen eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen, Förderprogrammen vorliegen. Diese spezifischen Maßnahmen bauen aber alle auf einem guten Unterricht auf. Sie setzen den guten Unterricht voraus. Ohne einen guten Unterricht machen diese spezifischen Maßnahmen keinen Sinn. Insofern ist der gute Unterricht die Basis für gelingende inklusive Bildungsprozesse. Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen wollen, guten Unterricht zu realisieren, woran können wir uns orientieren? Ich glaube, dieses Angebot, dieses Modell, diese Anschaulichkeit des Theoriemodells von Kunter und Trautwein hilft uns dabei sehr. Sie sehen hier dieses Eisbergmodell. Ein Eisberg besteht zum größten Teil aus der unsichtbaren Struktur. Nur ein kleiner Teil ist sichtbar. Diese Sichtstrukturen sind das, was ich beobachten kann. Und darauf haben sich über Jahrzehnte hinweg viele Publikationen konzentriert. Die Autoren weisen jedoch mit empirischen Befunden nach, dass wirksamer, entscheidender die tiefen Strukturen sind. Nun hängen diese beiden Dimensionen voneinander ab. Es gibt da Zusammenhänge. Aber wenn ich Sichtstrukturen verändere, sollte ich immer darauf achten, erreiche ich die tiefen Strukturen? Erreiche ich tatsächlich das, was für mich nicht direkt sichtbar ist als Lehrkraft? Erreiche ich das Lernen, die Entwicklung meiner Schülerinnen und Schüler? Dieses Modell unterscheidet dann verschiedene Dimensionen der Unterrichtsgestaltung. Die sehen Sie hier nochmal abgebildet. Als Sichtstrukturen werden die Organisationsformen bezeichnet. Mache ich Unterricht in der Klasse, in kleinen Lerngruppen gibt es Förderunterricht. Werden die Methoden bezeichnet, sowas wie direkte Instruktionen, Frontalunterricht, Projektarbeit, Teams, die gebildet werden oder Sozialformen. In Gruppen zu arbeiten, Partnerarbeit, Einzelarbeit einzusetzen. Darüber gibt es viele Publikationen, auch Studien, die diese verschiedenen Formen unterscheiden und die Anregungen geben, wie ich sie gestalten kann. Und ich als Lehrkraft brauche ein breites Repertoire an Möglichkeiten auf dieser Sichtebene. Entscheidend ist aber, erreiche ich mit solchen Elementen auf der Sichtebene die Tiefenstrukturen. Die Tiefenstrukturen lösen das Lernen aus. Die Tiefenstrukturen, wie zum Beispiel das Classroom-Management, welche Regeln und Rituale gelten. Dadurch kann ich Verhaltensweisen gut steuern. Da kann ich Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten in der Beachtung von Regeln haben, Hilfen geben. Durch Anleitungen, durch Feedback, auch von der Elemente des Verhaltens her. Habe ich Strategien, wie ich mit Störungen im Unterrichtsprozess umgehe? Dadurch gewinne ich wiederum mehr Lernzeit und das bedeutet, ich habe auch mehr Zeit für das akademische Lernen. Das führt dann auch dazu, dass auch Schüler mit Lernschwierigkeiten sich besser konzentrieren können und bessere Lernfortschritte machen. Die kognitive Aktivierung. Erreiche ich das Vorwissen? Welches Vorwissen bringen meine Schüler überhaupt mit zum Lerngegenstand? Wie kann ich daran anknüpfen und wie kann ich dieses Vorwissen aktivieren? Wie kann ich es gut umsetzen, dass dieses Vorwissen genutzt wird und das neue Wissen in Verbindung gebracht wird zu diesem Vorwissen? Und die dritte Dimension, die konstruktive Unterstützung. Gibt es so etwas wie eine Hilfe bei Fragen? Gibt es so etwas wie ein unterstützendes Feedback bei Fehlern? Weiß ich, ich kann mich auf meine Lehrkraft verlassen? Ich bekomme dort Hilfe. Ich habe eine gute Beziehung. Das ist eine ganz wichtige Basis, die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern. Traue ich mich auch zum dritten Mal nachzufragen? Ich habe es nicht verstanden. Bitte geben Sie mir eine Hilfe. Das ist konstruktive Unterstützung. Und dieser Zusammenhang wird, glaube ich, sichtbar. Nutze ich solche Organisationsformen, solche Methoden und Sozialformen, damit kognitive Lernprozesse, soziales Miteinander und gute Emotionalität in meiner Lerngruppe erreicht werden? Wir kommen zum Ergebnis. Die Umsetzung von Inklusion, die Umsetzung von erfolgreichen Bildungsprozessen für heterogene Lerngruppen kann und sollte auf empirische Forschungsergebnisse zurückgreifen. Die tiefen Strukturen können als abgesicherte, wissenschaftlich fundierte Kriterien gelten. Und danach kann ich mich orientieren. Wie kann ich eine konstruktive Unterstützung erreichen? Wie kann ich Schülerinnen und Schüler kognitiv aktivieren? Wie kann ich mein Classroom-Management verbessern? Das hilft mir auf dem Weg zur Verwirklichung eines guten Unterrichts. Und auf dieser Grundlage kann ich dann gezielte Maßnahmen des Lernens, der Lernunterstützung, des Verhaltens, der Verhaltensregulation, der Verhaltenssteuerung, der Emotionalität, der Begleitung von Schülerinnen und Schülern auch vielleicht durch schwierige Situationen aufbauen. Guter Unterricht ist darum die Basis für gelingende Inklusion, ist die Basis für eine bedarfsorientierte Gestaltung des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen. Ich lade Sie herzlich ein, auch die weiteren Elemente, die weiteren Module zu nutzen. Unser Projekt bietet Ihnen in diesem ersten Paket ein Erklärvideo zum Thema Classroom-Management, ein Erklärvideo zu diesem Modell der tiefen Strukturen und Sichtstrukturen an, einen Text zur Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und einen Podcast, der vielleicht auf etwas unterhaltsame Weise Sie über diese Inhalte informiert. Wir wünschen Ihnen dazu viel Erfolg und vielleicht auch das ein oder andere Lächeln beim Umgang mit unseren Inhalten. Vielen Dank! Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.